Ist man irgendwann zu alt für Ausgang? Ja, man merkt es dann irgendwann. Das ist vielleicht etwa vier Jahre, als ich mit einer Schulfreundin wieder mal an so einen R&B-Hippo-Party ging. Und dann schaust du um und merkst einfach, du bist verdammt alt. Und dann sind wir gegangen, weil es dann irgendwie auch nicht mehr unangenehm war. Ich finde es immer schwierig, wenn die Leute das Gefühl haben, in unserem Alter kann man das nicht mehr machen. Warum nicht? Natürlich kann man. Also man kann alles machen. Es kommt doch immer darauf an, man ist immer nur so alt wie man sich fühlt. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt will man einen Ausgang und man will jetzt eine Party machen und man will es jetzt lustig haben mit den Leuten, dann gibt es nichts besser, als für seine ganze Psyche und fürs Innenleben von dir so richtig rauszulassen. Aber wenn man natürlich immer sagt, ja, nein, weisst du, jetzt sind wir zu alt für das, dann geht es sehr schnell. Man wird sehr schnell sehr alt. Wenn du die Energie hast, die Leute hast, die Lust hast, warum nicht? Weiss nicht, gar nicht. Nein, mach doch aus der Welt. Das ist doch gut, auch mit 50 und 60. Bis zum nächsten Mal.